Hallo, ich war im Action. Ja, spontan, ganz spontan, ganz spontan, wie man es nimmt. Meine jüngere Tochter soll die Stifte zum Geburtstag kriegen und mir fehlt eine einzige Box. Ja, die eine einzige Box fehlt mir immer noch, aber ich habe mir jetzt mal, dass wenigstens ein paar Blautöne hat, diese zwei einzelnen Vierer geholt. Die anderen Boxen habe ich alle. Meine Mama war auch nochmal in ihrem Action in der Nähe. Die hat von den zwei fehlenden eine bekommen und leider eine gekauft, die ich auch schon habe, aber eine fehlt uns immer noch. Das ist die mit dem Blautöne. Gibt es nicht. Gab es letztens nicht und jetzt nicht. Naja, jedenfalls habe ich die jetzt eingekauft, der kostet 1,21,09 Euro. Und deswegen habe ich jetzt einfach die zwei noch dazu gekauft und den habe ich jetzt mitgenommen. Den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ein Regenbogen-Nippkloss. Ja, den bekommt es ja noch mit. Ich bin gespannt, was das eigentlich ist. Das ist eine Rolle, oder? Keine Ahnung. Verglänzende Lippen und klebt nicht. Da bin ich gespannt. Manchmal kleben die doch so. Dann kann man die so ablegen und dann merkt man... So, bevor ich zu meinem Paintingzeug komme, weil ich habe diesmal Glück gehabt. Ich habe Bilder bekommen. Ja, ich habe Bilder bekommen. Und noch was ganz, ganz anderes Tolles. Oh, ich freue mich. Oh ja, oh ja. Ganz ruhig. Aber jetzt habe ich erst mal noch was ich zu essen gekauft habe. Die Teile mit Schokolinsen. Dann habe ich erst geholt. Das habe ich auch noch. Achso. Der Lipgloss war 95 Cent. Diese Teile hier waren, wartet mal. Kann ich das jetzt gar nicht noch? 1,39 Euro. Die Zebra-Teile waren, glaube ich, genau so, oder? Mal 1,19 Euro. Das sieht lecker aus, oder? Mal schau ab. Und Gummibergen. Die müssen sein. Die kleinen Tüten, die nehme ich immer mit. Ja, 2,13 Euro bezahlt. Die waren im Angebot. Also, ich glaube, die waren sogar in der Werbung. Die nehmen die immer mit in die Schule. So, ich habe echt coole Sachen. Ich habe das mal irgendwie. Ich glaube, das habe ich in der Werbung. Ach, der Werbung. Nicht? Doch. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe bei Facebook gesehen, dass das irgendjemand gewusst hat. So eine Box. Ja, so eine tolle Box. Eine Box. Oder eine zweite Box. Und wisst ihr was? Das nehme ich mir zur Kur. Das verrate ich meinen Kindern gar nicht. Das kriegen die dann dort. Wir machen das. Hier habe ich kurz reingeminzt. Ich habe noch nicht ausgepackt. Aber schaut mal hier. Ich bin gespannt, was da alles so drin ist. Mich ärgert das nämlich. Ich hatte nämlich hier die Bänder gesehen. Und da sind sie nicht dabei. Deshalb, also, oder denke ich. Deswegen gucken wir jetzt mal hier rein. Steht alles nichts auf Deutsch drauf. Mal die Bonner. Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36. Und hier steht drauf auf 8. Gut. Meine haben schon eher gefehlt. Meine haben schon eher gefehlt. Ich muss schon sagen. Gucken wir jetzt mal hier rein. Ach seht ihr, da möchte ich noch eine Storage Box mitnehmen. So. Ein normales Schiffchen. Das werden sie gar nicht brauchen. Hier ist ein Ding da drauf. Das ist ja cool. Schaut mal. Seht ihr das? Ja, seht ihr das? Hier stehen die Buchstaben drauf. Ja auch. Und Unicorn. Das ist die Unicorn-Packung. So. Können wir das? So. Können wir das hier reinmachen? Mit den Buchstaben? Ah ja. Und der Deckel geht nicht bis runter. Ach so. Alles klar. Ich habe erst gedacht, dass der Deckel vielleicht bis runter geht. Dann nützt er für uns. Dann könnt ihr das nehmen, weil... Das sind ja nur mal 18 Farben. Und das ist der Hotchbox jetzt. Ne, ich erzählen soll. Also geht es ja eigentlich um. Na ja, was denn. So, hier haben wir eine Anleitung. Ein Stahlkohl. Echt, steht das noch? Nach Alpha B. Hör mal. Jetzt seht das. Das ist ganz schön weit weg heute, oder? Hm. Ähm. Wie stehen die Buchstaben drauf? Seht ihr das? Und dann zeigen sie genau, wie es gemacht wird. Echt cool. So. Cool. Ein Täschchen. Ein kleines Täschchen. Es ist ganz dünn, aber es ist ein kleines Täschchen. Da kann man gepenken. Klebekraft ist einwandfrei. So, was haben wir hier? Ach, ein Bilderrahmen. Hm. Ich glaube, ich verstehe. Schaut mal. Hier haben wir nämlich eine Klebefläche. Und da kann man... So, auch ganz gut. Nicht so gut, aber gut. Das ausschneiden, oder was? Oder nicht dran kleben. Hm. Da kann man sein eigenes Muster machen. Ist natürlich nicht schlecht. Ich frage mich nur. Wer seht ihr die Kreise? Was sind die Steine? Oder sieht man dann die Kreise noch? Aber das finden wir jetzt nicht raus. Das geht nicht. Ich nehme halt das ein Bilderrahmen. Den man hier hinten dann zusammen macht. Und dann stellen kann. Cool, oder? Das ist nicht mal ein Bilderrahmen. Ach, was erzähle ich euch denn? Ich bin aber schon. Oder man fährt das Bild drauf, ja. Oder man pintet einfach. Irgendwas. Ohne Pferlacke. Hier haben wir Aufkleber. Eis-Tütschen. Aufkleber. Warte mal. Das soll ich euch jetzt nicht irgendeinem Pferd erzählen. Aber eigentlich kann man das, was man hier pintet, ja. Das geht nicht. Ich muss die aufkleben. Ich hätte echt gedacht, das ist ein Aufkleber. Hier steht aber zwei Stippe. Zwei, das ist nur eins. Achso, das ist eins. So geht das dann nicht ab. Verstehe ich es. Aber das fühlt sich an wie... Ich vermute mal, wenn man das dann ausschneidet, kommt man dann besser ran. Da rein theoretisch steht es ja hier. So, und jetzt ist hier noch ein Notizbuch. Cool, oder? So, jetzt nach hinten. Aber ich würde es nicht weiter scheren. Könnte man natürlich schon noch ein paar Steine trinken. Und hier, wenn man auf der Seite die Klebewand dran macht, kann man das auch noch mitpänten. Kein Herzchen oder so. Aber das finde ich cool. Das finde ich toll. So toll ist es. Steine haben wir hier. Ganz schön viele, bunte. Ich werde das jetzt aber nicht aufmachen. Ich lasse das jetzt zu. Jeweils sind es runde Acrylsteine. Und die sehen eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Weil ich hier so sehe. Schöne, viele Farben. Teilweise sogar zwei Tüten von einer Farbe. Also, ihr seht. Das war 3,99 Euro. Genau. Also, das finde ich eine tolle Idee, ne? So, für die Kinder. Da kommt hier eine schöne Box. So können sie stattdessen. Und ich mache. Das ist jetzt nicht so. Und jetzt halt gleich das mitnehmen. Und da können die das dann. Die haben ja ihre Bilder auch. Die sind beide von Big Mundo. Soll ich ein Gratis-Bilder machen. Aber das sind noch die alte. Ich habe sie ewig mal gestellt. Ich habe eine neue jetzt. Naja. So, ihr Lieber. Ich mache mal das eine wieder zu. Mal gucken, was das andere ist. Wenn man hier so drückt. Das gefällt mir eigentlich auch bloß nicht. Naja, mal sehen. So, jetzt gucken wir hier mal gemeinsam rein. Wo habe ich denn jetzt mein... mein Messer? So. So, jetzt hier was. Anleitung haben wir hier auch. Ja, das ist die gleiche. Nur mit dem Schindbild. Aha. Hier sind die Bänder. Naja. Gleich gibt es meinem Sohn oder Tochter dann eins ab. Aber da möchte ich hier auch die Versiegelung mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Dann gehen die ja bloß wieder ab. Hier haben wir genauso die Box wieder mit den Buchstaben. Hier haben wir natürlich andere Steine. Aber auch teilweise zwei Typen. Hier so viel Gelb. So irgendwie gefällt mir das heute nicht. Fokus. Na so Zebratöne. Hier haben wir Fragen bald. Äh, irgendwas Töne. Hier ist ein Panda drauf. Passt natürlich zu meinem Sohn oder den Lieferbären. Auch wieder so eine schöne kleine Tasche. So, dann haben wir hier auch ein Notizbuch. Eine Giraffe. Ist genauso, ne? Bisher sind grüne Blätter drin. Hier wieder so ein Teil, das ohne. Und hier sind... Was haben wir das hier hin? Ich gucke mal. Ähm, die auf... Was Aufkleber sein sollen. Der Panda. Also, es ist eine tolle Idee. Gerade für Piddies. Oder auch für Anfänger. Hm. Ich bin schon cool gemacht. Armbänder wäre natürlich was Schöneres für meine Tochter. Also, das finde ich echt eine tolle Idee. Da gibt es auch noch eine. Prinzessin gab es noch. Und dann gab es vielleicht auch noch... Ähm, anderes mit Tieren würde ich sagen. Ich habe die Animal Box und Uniform Box genommen. Gab es noch was anderes? So. Hätte ich wieder nicht so reingekuckt, wie ich es wollte. Aber egal. Dann habe ich was echt cooles entdeckt. Ein Licht. Ein Einhorn. Und, ich würde sagen, das sind Strasssteine. Und man braucht Batterien. Mein braucht Batterien. Die ich jetzt nicht hier habe. Na ja, klar. Aber. Man muss vertschannen. Dann. Ist ja geil. Ich hatte mir noch so ein Licht auch bestellt. Ach, ich weiß es gar nicht bei wen. Aber das ist ja auch egal. Da macht man ja noch selber rein. Oh geil, Lila. Mit Anleitung. Kleines Herbstchen. Toll. Oder wie das funkelt. Ah. Die Farben. Nicht sehr süß. 310. Und dann haben wir einmal Sute durchgekriegen. Töckchen. Gelb, Lila, Rosa, Grün. Und. Nochmal das richtig. Hm. Hier war es. Hier war es. Nur weiß ich jetzt gerade nicht. Hier war es. Steht nichts drauf. Na klar, hier hat man das. Die Legende. Da müsste das ja die 1 sein. Alles gefühlt. Wie denn hier ist ja das Weiß dann. Und das Schwarz. Das Gelb. Genau. Dann ist das Lila. Das Rosa und das Andere. Alles klar. Gut. Aber rausgefunden. Das werde ich bestellen. Hm. Was habe ich das denn hingemacht? Ich habe so eine kleine Box. Die gibt. Hä? Ja, keine Ahnung gerade. Ich habe eigentlich gedacht. Ich muss mein Schreibtisch dringendst mal aufräumen. Was habe ich denn das nicht hier? Ich weiß ganz genau, dass ich die erst entleert habe. Und jetzt ist sie schon wieder versprungen. Wir werden sehen. Das ist ja eine ganz kleine Box. Die habe ich schon bei den Anhängern und so. Da passen die auch rein, würde ich sagen. Und da kann ich die da rein machen. Dann hast du die Zahl steht da nämlich schon drauf. Das gibt es doch gar nicht. Hm. Das ist jetzt merkwürdig. Und da habe ich hier noch eine drin. Ja genau. Hier habe ich sogar noch eine. Seht ihr das? Das ist die zwar nicht, die ich erst gesucht habe, weil die ist ja voll. Da stehen die Zahlen nämlich drauf von 1 bis 12. Seht ihr das? Genau. Und da könnte ich die rein machen. Dann ist es gleich abgedeckt. Also wenn ich die finde, werde ich das tun. Und dann schenke ich das gleich mit Box meiner Tochter. Und dann gebe ich den Geburtstag mit. Das finde ich ja cool. Ein lila Schiff mit Stift und lila Wachsplättchen. Ist das die da oder ist das die da? Ne, das ist durchsichtig. Das war nur von dem Schiff lila. Das finde ich mal cool. Im großen Seatbeutelchen. Also ganz toll, das gefällt mir ja. Und hier kommen dann die Batterien rein. Und schalte die mal an. Und wenn ich die fertig oder nicht, die mache ich vielleicht nicht. Die lasse ich vielleicht machen. Und dann sowas schnelles mal. Zwischendurch mit die Kinder. Können sie auch zusammen pensen. Dann haben wir dann ein kleines Lämmchen bei der Kuh. War doch auch nicht gut. Oder? Schau mal. Ihr müsst jetzt erstmal pensen, bevor wir Licht haben in der Nacht. So. Wir gucken mal die Lampe. Was hatte ich die nicht? Die war nicht. Also die Boxen waren 3,99 Euro. Die Lampe war 2,99 Euro. Also super Preis. So. Und jetzt meine Bilder. Tada. Tada. Ich lebe. Tada. Hihi. Es ist jetzt nicht der Fuchs und die Kolibris. Aber trotzdem. Es gab auch noch eine Katze. Aber die mag ich nicht. Die hat mir nicht gefallen. Also ganz ehrlich, da muss ich dreimal hingucken, ob es die Katze ist oder was das ist. Ich hatte sie eine ganze Weile in der Hand. Aber ich habe sie da nicht mitgenommen. Hier haben wir die Papageien. Ich bin gespannt, weil die Stein, die Stein, der hier sieht anders aus. Mal schauen. Wir sind gespannt. Was ich bei den Action, was ich bei den Fächer, die Flächen sind eckig, dass man denken kann, das sind eckige Steine. Aber nein, die sind eckig, damit wenn die runden Steine sind, die Farbe trotzdem gut rauskommen, als wenn es eckige Steine wären. Von wem sieht das dann nämlich so aus. Wenn ich so erst mal hier den Anfang. Ja, und was ich noch kenne, finde ich, das Ränder steht 30x40. Das ist wirklich fast 30x40. Was ist heute mit meinem Fokus los? Heute bin ich nicht zufrieden. Oh, die Farben. Also, wir haben ein normales Schiffchen mit großem Wachspätschen. So, hier haben wir jetzt die Farben. Wir haben... ...und wir. 29 Farben. Jetzt geht es mal weg. Ach, schön. Das gefällt mir. So, ich messe mal das ein, weil die sind ja alle gleich. Wir haben eine Größe von 39,2 mal 29,9. Ich muss nochmal so messen. 31,1. Das sollte aber mit der Leiband auch nicht hinmachen. Egal. Also, 39,2. 39,2 mal... ...29,8. Ich bin gespannt, ob das alle so sind. Ich bin neugierig. Toll, oder? Ach, finde ich schön. Dann haben wir hier so tolle Farben. Ich hole die jetzt nicht alle raus. Also, das ist böse, ich bin gar nicht im Cinema, ne? Guck dich mal die Farben an. Das macht der Fokus wieder nicht, warte dich ruhig. Das ist ein tolles Grün. Ein runder Acrylstein, nicht ganz viel weiß. Ach, ich finde die schön. Ich finde die wieder toll, weil die Größe ist cool. Wasch auf mein Herz. Ich habe noch nicht eins gebildet. Ich habe da nur eine gebildet. Aber, ja... Ja, Gott, mich halt selber auch. Aber ich habe gar nicht so viele Zeit. Dann haben wir so schöne Bilder. Und dann sind sie alle fertig. Und, ach ja... Ja, wir haben auf höchsten Niveau. Ich weiß. Wie sagt meine große Tochter immer? Ich habe ausgedient mit Bildern, wenn sie sterben. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich die Kartons überhaupt... Wartet mal, ich wollte doch gucken. Was das für ein Stein ist? Warte, ich muss nochmal reinlegen. Was sieht denn da so anders aus? Ich habe mal, da hatten der F. Ich würde doch mal gucken. Und da steht einfach nur, was weiß ich ist. In der letzten Bild, da hatte ich ja öfter eine Überraschung gehabt. Da war das im Sonderstein. Nee, das sind ganz normale Weißelsteine. Aber... Nee, das sind alle normal aus. Oh, die Farbe finde ich cool. Das sind... Fünftige, die sind ganz alle. Nee. War doch nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich habe falsch gedacht. Ich mache das mit meiner Augen. Ich habe keinen Platz im Regal. Das ist mein Problem. So, jetzt haben wir ein Bild. So, jetzt haben wir das zweite. Ein Edittor. Oh, da sind viele Farben. Schaut mal. Da ganz viele Farben. Zwei Eifelte mal ein bisschen geblieben. In meiner großen Dach im Zimmer. Und da wird ein Anfänger. 31 Farben. Jetzt seid ihr schon wieder so weit. Da ist er. 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 Das hat die schön atomäßig gemacht. Das gefällt mir. Das ist toll. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir eine Länge von. Auch nur einen 30,2. Und hier. Nein, dann ist man sich gemacht. Was hat das Haut hin? So. Jetzt hat er ein bisschen schärfer. Wieder mit einem großen Wachsplättchen. Das tut es. Jetzt gucken wir aber auch die Farben noch mal rein. Ich gucke mal. Die mir war so riesig. Aber die sehen manchmal so anders aus. Jetzt sehen. Auch das Kuh hier. Das sieht noch was gar nicht mehr von mir aus. Mal gucken uns das an. Ach, die Klebkraft war gestern. Letzten Mal. So, mal gleich bei dem Hänger. Ich hab das gedacht. Was ist denn da? Das sieht man aber nicht. Die drei sind stresssteinig. Das ist so ein, wartet mal. Ja, das ist so ein Grau. Der Fokus macht sich so ein bisschen. Jetzt. Das ist zwar Silber auf der Rückseite, aber das ist wie so ein Grau. Oh mein Gott. Schöne blaue Töne. So, warte mal. Jetzt hat man hier, haben wir schöne Grüntöne. Und hier ist so ein Babyblau. Ach, das gefällt mir heute nicht. Schaut mal. Da sind sogar AB-Steine bei. Tada. Das knallt auch rein. Das ist ja nicht. Und so nochmal AB-Steine. Das ist ja ein Baby. Also man sieht das tatsächlich nicht. Also man muss wirklich gucken. Ich hab hier den Straßstein und zwei AB-Steine. Ram-Morock. Ram-Morock. Ist das genau. Also ganz ehrlich. Krass, 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 krass. Dann, ja, stehe ich wieder in dem Punkt, wo ich mich nicht zusammengehe. Ach, das gefällt mir. Ich weiß, dass ich mich so zusammenrollen hier. Das kriegt das doch immer nicht hin. Okay. Habt ihr das gesehen, dass ich noch Felder habe, ey? Das ist der Action. Die Bilder kosten 3,99 Euro. Echt krass. Was hab ich gesagt? NF. Gucken wir mal her. Fingel-Durchsinn. Hier ist F. Hier haben wir das F mit drinne. Und hier auch. Die 3. Die 3. Die 3 ist hier mit drinne. Oh, das ist ja cool. Das ganze Grau hier. Seht ihr die 3? Das ist alles der Straßstein. Das ist ja auch hammerhart. Das gefällt mir. Ach, das ist toll. Achso, wieder vergessen. Klebekraft. Also ihr seht, ich bleib fast kleben und geh nicht mehr ab. Perfekt. Oh, etwas Träger kommt. Ich hatte immer Glück im Action. Ist das nicht genial? Hammer. Und dann auch noch mit AB-Stein und Straßstein. Vollkür. So, das füllen wir mal da wieder hier rein. Seid ihr wieder auch frei. Der Fokus heute wird mehr abgeschlecht. Kann ich so raushalten? Dass das nicht spinnen könnte. Oder welche Sachen. Ach Mann. Ich glaube, ich habe euch das schon ein paar Mal gezeigt. Das letzte Mal schon. Dass die jetzt auch so... Achtung, ich mach mal nicht ein. So erisierend sind, oder? Oh, ich finde das so schön. So, fangen wir wieder aus. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Bild. Oh, das ist heute ein langes Video. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Aber ich habe es gleich geschafft. Ein Bild noch. Ein Bild noch. Ich wollte das Video gar nicht so lange machen. Mal schauen. Die sehen verdächtig aus. Aber wie gesagt. Der andere war auch verdächtig. Da war nichts. Und die nicht verdächtig waren. Da war es. Was kann hier sein? Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 29, 40, 40, 41, 40, 41, 40. So, jetzt bin ich gespannt. 39,5. 29,8. Also, das ist drei Millimeter breit. Und den größeren. Ich sehe es schon. Die Steine waren nicht umsonst verdächtig. Das ist ja cool. Ihr seht das auch, wenn ihr genau auf das Bild schaut. Seht ihr das? Da und da. Und mein Herz ist hier rum. Ich finde das hier rumzuliebe. Nee, nein. Nee, du. So. Genau. Ist das cool? Jetzt kann ich auch noch eine. Das gibt mir jetzt nicht. Dann wieder ein ganz normales. Ich möchte mit großen Lächse aber. Entschuldigung. Ich kann nicht, eigentlich kann ich das gar nicht fassen. Das wird man nicht verbrechen. Das sind Actionbilder für 3,99. Und dann haben die so eine Extras drin. Oh, diese Farbe hier. Schaut mal. Also, wir haben eine schöne bunte Mischung. Aus tollen Blautönen. Mit großer Farben. Mit grün. Tönen bis braun. Und wieder auch noch ein schönes Ton. Und ein paar dunkle Farben dabei. Und schönes gelb-orange. Lila, wieder blau. Ganz wieder dunkel. Ich habe mal drei Pakete dunkel. Also die 310 würde ich sagen. Und noch braunen Hosen. Ganz toll. Ach, das ist heimisch. Heimisch. Jetzt läuft das an. Toll. Toll, toll, toll. Ich finde den auch so toll, weil der so Rösertöne hat. Das ist hier auch schon. Da kleben, klaro. Also, das hat sich gelohnt. Und als ich dann so die Verschäuferin stand am Leben und habe Papier ausgepackt, sage ich, oh, ich habe endlich mal Klüff. Und habe hier echt ein paar Bilder erwischt. Da sagt sie, ich sage dann, es war nicht das, was ich wollte, aber das finde ich so schlimm. Und ich startete alles wieder zurück, weil ich natürlich alles durchgeguckt habe, weil da viele waren. Und dann sage ich, ja, was suchen sie denn? Ich sage, naja, eigentlich suche ich die Größeren, den Fuchs und die Kolibris. Und ja, die kommen immer mal wieder ein. Da müsstest du immer mal gucken kommen. Ich sage, wo ist das erste, allererste Mal, dass ich so viel Glück hätte hier? Eigentlich dann das zweite Mal, ne? Aber bei dem anderen Mal waren das ja die alten Bilder. Von dem neuen hatte ich noch kein Glück. Von dem, was ich haben wollte. Aber das ist genauso wieder das Geheul auf hohem Niveau. Ich habe so tolle Bilder. Und ich freue mich. Riesig. Riesig freue ich mich. Oder? Ich kann mich doch gar nicht beschweren. Und diese Lampe finde ich natürlich auch Oberhammer. So, ihr Lieben. Da habe ich ganz viel gefaselt. Wir sind ja schon bei 35 Minuten. Oh mein Gott. Ich mache jetzt ganz schnell Schluss. Also die Bilder waren 3,99. Aber das wisst ihr ja. Ich mache jetzt ganz schnell Feierabend hier. Und wünsche euch einen schönen Tag. Oder eine gute Nacht. Und wenn euch das gefallen hat, gerne mal in die Kommentare was schreiben. Den Daumen nach oben. Ich freue mich riesig. Und über jedes Abo. Und vergesst die Glocke nicht. Ich wünsche euch was. Bis bald. Bis bald.